Schön, ja. Haben Sie extra frei gehalten hier wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Also ein guter Mann. So, jetzt können wir loslegen. Beginnen wir wie gehabt. Soll ich nochmal rausgehen? Nein, fangen Sie einfach an. Okay, dann hol ich mir den Impuls von hier. Holen Sie sich, was Sie wollen, aber fangen Sie endlich an. Okay. Ja, sagte der Mann mit dem Turban. Das hättet ihr gern, dass ich euch jetzt mal so richtig pile, ne? So richtig entspanne. Aber wisst ihr was? Ich habe keine Lust, euch zu pielen. Weil wenn ihr entspannt seid, dann benehmt ihr euch wie Fünfjährige und werdet eine Belastung für meine Person. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Ich möchte zu Mama. Ich sollte wirklich besser zu Mama gehen. Ich sollte diesen ganzen Kram mir endlich lassen. Ich will zu Mama. Fuerto rico. Eiei, 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 Mikola von Er spielt auf seine Packer und Pult. Eminenz, ihr seid schlimm. Sag das noch mal. Eminenz, ihr seid schlimm. Schau mich an. Schau mich in die Augen. Du seid nicht ganz dumm. Eminenz, ihr seid schlimm. Was sag ich doch? Eminenz, haben Sie nichts auf Gutes sein? Was soll das denn jetzt? Und jetzt? Und jetzt haben wir etwas Tuckengrün. Da muss mal wirklich jemand eingreifen. Und zwar mal richtig. Nicht mit EU und so, wo die immer wieder in ihrer eigenen Tasche wirtschaften. Nein! Und dieses Scheißtier, das kann man nicht mal in der Welt nicht begraben. Und wenn man es mit dem Spaten zertrennen will, dann muss man stundenlang draußen bei dem Haufen stehen und sich voll regnen lassen, bis dieses Scheißtier rauskommt. Ich bin schon ganz gut. Raspischer Maulwurf. Wenn, 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 wenn du von dieser Welt gehst, ist, ist doch lange nichts voll und nichts verlohn. Eins, zwei, drei und du wirst wieder gewohnt. Mein Fletcher, was machst du denn hier? 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 Ja, das ist mein Neuer. Schild, Fletcher, Schild ist ja die Übersilie. Ja, 12 Uhr, 12 Uhr. Boah, ich hab' sechs Kinder. Ja, ja, und zwei Rücken jetzt. Zwei Rücken jetzt. Ja, das lieb, ja. Wenn die Kinder groß sind, gehen wir in den Unterbrunnen. Dann spielen wir nicht mehr viel. Gewinnt, da geht es richtig rund. Und zack, raus war er. Ich hörte noch, wie er die Tür verbarrikadierte und dann rief er, ich mach jetzt heißer. Wir waren doch nur Menschen in Honig. Was hatten wir getan? Erst wollte ich Granat in den Bischofssitz schmeißen. Ich wollte rufen, ihr Schweine... Dann konnte ich ihm erklären, dass wir in Gott ein und dieselbe Person sind. Wir alle sind die universelle, sündige Person der Menschen. Leibesvisitation. Leibesvisitation. Leben ist sicher! Leben ist tot! Leben ist tot! Leben soll, wie sie zertigvers mitte.'" Jeder sagt demゲist. Es tut dir. Geist tot!